Hi, Schnuckel. Ja, hallo. Ach, Mann, ey. Mal essen, dass ich gut sammle. Aber wo sind die Kackabatte reden? Wir sind doch jetzt hier in dieser scheiß Polizeistation. Ich denke mal, bestimmt in dieser anderen Kacktür da. Und da sind wir gekommen. Ey, guck mal, die tanzen alle. Was stimmt denn nicht mit denen? Hier ist auf jeden Fall keiner mehr. Oh, ja. Nee, ist klar. Nee, ist klar. Da kommt doch auf. Was steht da? Inter- Das war so klar. Hallo. Hallo. Ich haue doch. Alter, Mann. Krass aus. Ich haue doch. Mann. 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 Dein Ernst? Mann. 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 BAM! Hallo! Stech doch rein! Alter! Nein, ich glaube, ich muss noch Pause machen. Mann! Ich denke bestimmt, wie dumm ist sie! Toll! Ja, mach doch schneller! Ja, ja, laber nicht, Alter, ich weiß es. Ei, Kumpel! Okay. Zehn. Machen. Seht mal. Ja, ich wusste es. Hallo, stech doch! Ich werde es jetzt noch einmal versuchen und wenn ich dann sterbe... Das ist einfach eine Pause! Das geht ja gar nicht! Boah, habe ich mich erschrocken! Verdammte Scheiße! Alter! Auf allen Dingen, weil da keine Geräusche waren. Alter! Ich glaube, ich schließe mal besser die Tür. Der lebte noch, ne? Oder nicht mehr? Oh! 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 stirbt du misset jetzt ist keiner mehr frei rumgelaufen kommen rein hier war sowieso nix doch da hinten war noch essen weiß ich jetzt haben sie noch ein bisschen Ich trinke mal was, bevor ich schon wieder verrecke. Hier anscheinend auch nicht. Der ist noch so ne... Jetzt habt ihr das gesehen, er hat dann automatisch das Messer so zum Schluss da. Weil ich ja gar kein Messer habe. Okay, okay, okay. Oh mein Gott, ja ja. Das war so klar. Na kommt. Kommt. Kommt doch. Ich sterbe jetzt bestimmt. Okay, 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 okay. Das war's jetzt aber. Guck mal nur mit so'n Code rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab die Batterien. Da kommt ja noch ein Schnucki. Und von hinten natürlich noch einer. Hi! So was mach ich jetzt? Okay. Okay, okay. Was? Shit. Ja, das shit, alter. Alter. Wissen Sie, was ich jetzt mache? Erstens mal, ich mach diese Kacktür zu, dass keiner von hinten kommen kann. Und dann! Ballasialab! Oder funktioniert das nicht? Scheint nicht. Ähm. Ja, ne? Ich möchte gar nicht runtergehen. Aber ich muss. Was suche ich denn jetzt? Ich geh jetzt einfach... Draußen fliegt einfach mal so die Wäsche weg. Hallo, schlaf doch! Ich muss wieder drüben aufs Dach kommen. Aber wo war das nochmal? Ja. Ja. Und jetzt muss ich mal schnell was sagen. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wo kommt ich denn auf das scheiß Dach? Ja. 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 Scheiße, jetzt schon wieder falsch gedrückt. Was ist denn hier, Kackleiter? Ich war jetzt schneller hoch, Allah. Da habe ich wenigstens eine Mission geschafft, ey. Nochmal. Ja, Allah, hier hast du deine Scheiß-Batterie. What? Oh, was? Bringen Sie Batterien. Hä? Hä? Ja. Das ist jetzt meine Aufgabe. Kann ich das hier sehen? Suchen Sie jemanden, der mit... Ja, ich muss Vems Onkel finden jetzt. Warum mache ich das am besten? Mach die einfach mal zu. dann ist es. Oh. Oh. Scheiße, Mom. Ja, Mom. Ich habe keinen Ahnung wohin so komme ich denn jetzt noch mal zurück da diese Oh 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 Ja Wie komme ich jetzt wieder in diese Das ist das schon geil Komme ich jetzt noch mal in diese eine Stadt da zurück wo denn Ja Hier waren wir ja Wo ist die Polizeistation Irgendwo anders auf der anderen Seite Und wie kommen wir dann noch mal hin Scheine Schreib Und ok Ich habe mich noch einmal in die Logo Ich habe dich jetzt noch eine Ich habe dich auf den Oh 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 Oh, okay. Ui! Hey, ihr brudet! Scht, ihr doch alle an! Oh! Alter, wie soll ich denn denn klatschen, wenn der nicht aufstehen kann? Ach, weißt du. Oh. Was ist denn das für ein Auto da? Warum blinkt das denn so? Kann ich mir das... Ah, ja. Ach so, hätte ich darüber gekonnt. Du bist ja lustig. Nee. Ich schau jetzt mal wirklich. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Das. Bevor ich verrückt kann. Hilfe von der Polizei. Da müssen wir das hin. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Alter. Ich weiß, ich rede sehr, sehr wenig. Nun guckt der mir mal so direkt ins Gesicht, Alter. Ah, scheiße. Ich hab mich jetzt aufgeladen. Dann mache ich hier erst mal vorerst einen Cut und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.